Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten ist zu einem mehrtägigen Besuch in Taiwan eingetroffen. Die Delegation besteht aus je einem Vertreter der sechs Bundestagsfraktionen und will sich unter anderem einen Eindruck von der Sicherheitslage dort verschaffen. Hochrangige Treffen mit Staatschefin Tsai sowie dem Parlamentspräsidenten und dem Außenminister stehen ebenfalls an. China hat bereits öffentlich gegen diesen Besuch protestiert. Peking betrachtet Taiwan ja als abtrünnigen Teil der Volksrepublik China. Peking betrachtet Taiwan ja als abtrünnigen Teil der Volksrepublik China.